Ja, hallo erstmal und wieder herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin der Terra und ja, ihr seht, wir sind jetzt dabei, die historische Mission zu nehmen. Veränderung. Wir sind wieder auf Weltstufe 7 und das letzte Video ging ja doch knapp 30 Minuten, also war schon ganz gut, dass wir aufgehellt haben. Weil ich kann es nicht nachsehen, wie lange das Video läuft, also muss ich dazu sagen. Weil Olaf gestern auch bei der einen Aufnahme sagte, guck doch nach. Ich sag, nee, ja, geht nicht, weil ich kann nur schauen, wenn ich die Aufnahme aufhöre, dann weiß ich. Äh. Na, dann sehe ich bloß erst, wie lange das Video ist, vorher nicht. Leider, 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 ja, ja. Komm, wir mal hoch. Dit geht noch alles, aber wer, komm, muss ein Ronröller kommen, da ist er zwei, ja, die zwei Dicken im Gepäck. Ja, die Ketten und. Jo, jo, jo. Dit finde ich, dat geht immer noch hier, äh, so ist, ne. Ist man wieder ein bisschen entspannter, äh, ja. Da denkt man immer, jo, da kannst du auch die einen anmachen, die Monröller oder wie. Und dabei, ist dat gar nicht so. Weil die doch ganz, doch, ganz schön reinhauen. So. Einen hab ich noch. Ich hab wohl noch schon eingelaufen, oder was? Und bei dem anderen Fatskill, bei Monröller, da musst du ja auch immer ganz schön, äh. Ganz schön schnell sein, lauf. Ist ja nicht so wie hier, ne. Hab's ja, hab's ja gesehen. Hm. Sag mal, da hab's ja gesehen, wie schnell der flitzen können, oder die Leute. Und da bin ich ja eh ein bisschen leicht im Nachteil, ne. Wer schießt ja auf uns, da hinten? Was? Wo? Geh stillt, vergeh stillt. Okay, ich werde scharf machen. Jaja, könnt wagen, ich komm gleich wieder. Let's go! Oh.... Hohohohohohoho hohohohoho... Stellt ihr damit auf? Stellt ihr damit auf? Hohohoho! Ich darf so auf die kleinen konzentrieren werden, gerade. Ok, warte, das ist hier ein Auto So, lustig auch hier Und ich sag auch noch, die sind leichter oder besser zu machen, denn so was. Halte, halte, komm! Hm, Gott. Äh. Jo, jo, dat fängt ja gut an mit uns heute wieder. Beziehungsweise, ja. Gut, hier ist nix. Dö, 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 dö. Also das ist jetzt die zweite Aufnahme von... Oder die dritte Aufnahme vom heutigen Tag. Und wir hatten ja erst versucht, den Monreuter irgendwie zu killen. Das funktionierte ja nicht. Huuu, nix. Ne, ein weiter, oder? Ja. Gut. Abgeschlossen. So. Ja, schön, dass sie danach sucht. Ja. Kann mal umgucken ob daunehng in Berlin while界 hinzu? Nein. 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 Eine Kiste hier hinter! Da haben wir einen Schnellerreisepunkt und einen Speicherpunkt gleichzeitig. Ne, Schnellerreisepunkt. Wenn man wollte, könnten wir jetzt gleich weitermachen. Den Monroy oder den heiligen Heidmann, na, das mit dem Vater, weißt du, hier, hier, wo ist das, hier, aber erstmal nicht, wir gehen zu uns ins Lager, Monroys Palast, oh ja, oh ja, oh ja, schwerelos, schwerelos, man hat auch nicht viel Platz zum Laufen, finde ich, vielleicht sind wir da noch ein bisschen zu kleiden. Oder noch nicht gut ausgerüstet. Oder einfach schlechten Tag, ich weiß nicht. So, wieder Hauptmisschen verfolgen, nein. Ich will erstmal kurz gucken. So. Ah, ah. Ah. Ja, Schüsse, stell dein Leben wieder her, deshalb habe ich den Aufschmack gehabt, irgendwo. Nein. Ach so, die Klinge, Kettner ist tot, das hat sich auch nochmal gekriegt. Aha. Äh. Macht aber 0,4 weniger Schaden, ne. Kritischer Schaden, Lebensmitteln zu, Schaden auf kurze Distanz. Rüstungsdurchschlag, der, die Rüstungsdurchschlag. Der ist auch noch nicht bearbeitet worden. Hm. Gut, gut, wenn die so schnell sind, vielleicht sollten wir uns mal überlegen, ob wir nicht statt Frostkuchen dieses Verlangsamungseffekt draufhauen. Na ja, mal sehen, mal überlegen. Was, die vergiftet, der hat Frostkuchen, da könnten wir ja dieses Verlangsamungseffekt, wo war das hier? Na, wo war das? Hab ich ja schon gesehen, oder haben wir gerade gelöscht, ne? Ja, ne Pumpgun, vielleicht ist Pumpgun auch besser. Hm. Na ja, lassen wir uns überlegen. Äh, überlegen. Ja, den sehen wir uns in dem nächsten Video wieder. Wenn es euch trotzdem gefallen hat, könnt ihr den Like da... Äh. Höhöhöhöhöh. Sorry. Äh, wenn es... Wenn es euch trotzdem gefallen hat, könnt ihr den Like da lassen. Dann sag ich mal, bis zum nächsten Mal. Tschö, euer Terra.